Hallo, ich bin der Sebastian Heidinger, bin gebürtig aus der Nähe von Aschaffenburg, habe da auch die erste Zeit in der Jugend gespielt, bin dann über Bayern München in der Jugend dann über Pfohlendorf nach Düsseldorf gekommen, war dann ein Jahr in Bielefeld, bin dann nach Leipzig gewechselt. Danach war eine kurze Station jetzt in Heidenheim und jetzt bin ich hier bei der Spielvereinigung. Ja, meine Position ist jetzt rechter Verteidiger, habe früher eigentlich mehr offensiv gespielt, somit interpretiere ich diese Position auch ein bisschen anders, ein bisschen offensiver, versuche vorne reinzukommen mit meiner Dynamik, dass ich ein paar Flanken schlage, Pässe vorne rein spiele, vielleicht selber zum Abschluss komme. Aber natürlich bin ich in der ersten Linie auch mal da, dass hinten der Laden sauber gehalten wird. Ja, von der Stadt hier habe ich noch nicht ganz so viel gesehen, da ich ja noch im Hotel lebe und noch nicht so viel Zeit hatte, zwischen den Trainingseinheiten mal in die Stadt zu gehen, aber was ich bisher gesehen habe, hat mir sehr gut gefallen. Ich freue mich aber schon auch drauf, werde jetzt auch hier in Fürth eine Wohnung beziehen und freue mich schon drauf, das bald mehr zu sehen. Also ich bin Sebastian Heidinger, eure neue Nummer 29 und ich werde für euch Vollgas geben.